Das ist nicht so schön ist das unser schiff die kriegen die tür nicht auf solange niemand das luftschiff runterholt ja stimmt wir müssen da müssen wir okay schalte den zeppel hinaus ich befürchte befürchte wir sollten da kommen also die brauchen wir ehrlich gesagt nicht kommen machen wir da eher salven geschütz einmal kurz und ich möchte eigentlich auf die auf die pipeline rauf also auf die ja kommen jetzt hier auf zu schießen da geht sich das aus toll okay sollte vielleicht nicht mehr weiter nach vorne gehen ich treffte gerade so nicht wie dass das geht sich so wie das geht sich so keinesfalls aus ich muss alter ja komm lass das ich hör auf zu schießen ich muss auf jeden fall auf die skyline rauf auf die pipeline nämlich auf die skyline rauf und kriegen wir das gebacken ich glaube so bringt das nix ich glaube ich muss auf das luftschiff rauf einmal kurz ab Moment 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 was war denn da los Moment 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 ist es die Genauaaah wie kann ich sie kann nicht wechseln Sop dann ist das kann ich da was finden ne da okay se nice so bringt Home wechseln sauch da ist da war und dann muss ich gؤnen ahne ahnung ich weiß nicht wahrscheinlich imneten상 vielmos d Murms Das ist auch wieder ein Haken. Gut, da kann ich aber jetzt hoffentlich rein, oder? Warum kann ich da nirgendwo runter? Oh, ach, das Luftschiff. So. Zack. Hi. Schön dich kennen. Ja. Kriegen wir hin. So. Vielleicht nicht so ideal, wenn wir so nah dran stehen. So, schön. Guck, Moment. Hier kurz geguckt. Weil sonst nix. Na gut, dann, ähm, ja. Eigentlich mag ich das Salvengeschütz ja nicht, aber solange wir Munition haben, nehmen wir es jetzt einfach, hätte ich gesagt. Oh. So, einmal da. Zack. Das Problem ist halt wirklich, man muss da vernünftig zielen können damit, und das kann ich halt nicht. So, zack. Das ist sehr lieb von dir. So, du hörst bitte auf, jetzt zu schießen. Der Romm ist auch weg, okay. Gut, aber bevor ich den Antrieb... Ich muss den Antrieb lang legen und das Ding runterholen. Ja, hast du schon mal gesagt, ja. Bevor ich das mache, möchte ich eher noch mal gucken, ob ich hier noch Sachen finde. Panzerfaust, ja, Panzerfaust, na gut. Gehen wir auf der anderen Seite hier. Überlebt da unten eh noch ein bisschen. Ja, ja, kein Problem, oder? Gut. Okay, da ist nix. Na, dann gucken wir mal rein. Was haben wir da? Präzisionsgewehr? Nee, danke. Maschinengewehr? Nee, danke. Wobei, ich könnte eigentlich jetzt... Hm. Ja, gut, dann... Was haben wir da? Ja, weißt du was? Wenn da so viele Maschinengewehre sind, dann nehmen wir die mit. Toll, auf einmal liegt hier ein Salvengeschütz. Du wirst mich doch verarschen spielen. So, gut. Dann einmal zerstören. Ach, so läuft das. Okay. Okay, und jetzt runter von dem Ding. Ja, ich denk's mir grad. Ähm, ja. Leertaste... Ja, 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 komm. Ich hoffe, ich kann da im Fall... Ja, geht. Okay, Gott sei Dank. Ich dachte mir schon. Oh, das brennt jetzt ab. Okay, ich saus lieber mal weg. Ist mir zu gefährlich gerade. Du wirst, 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 du wirst. Die jubeln mir zu, juhu. So, da ist nix. Ich will ja hier echt nix verpassen, aber das ist, glaub ich, echt ein bisschen schwierig. Aber ich glaub's fast nicht, dass ich hier nirgends mal runter kann. Das ist doch echt ein bisschen komisch. So, jetzt hab ich natürlich die Actionsequenz verpasst, wo das Luftschiff runtergestürzt ist, aber na ja, das ist nicht so tragisch. Sie sind überall Haken. Also, da sind wir jetzt wieder auf so einer Schleife. Nee, kommen schon runter. Ja, das passt schon, oder? Klingt das zwei unterschiedliche Loops? Nee. Ich bin trotzdem immer noch am Grübeln, ob das so gut ist, was wir hier machen. Ich weiß es echt nicht. So, gut. Achso, da komm ich jetzt wieder nicht runter. Oh, einmal wechseln, bitte. So, aber ich muss da dann runter. Verlassen. Sehr schön. So, gut. Fink. Ja, komm, Elisabeth. Wir müssen weiter. Holen wir uns ihre Köpfe! Ach, jetzt nicht immer so brutal gleich, ne? Ja, Bereich verlassen. Wow. Oh, okay. Jetzt seid doch nicht immer alle super agressiv. Das muss doch nicht sein. Wow. Was passiert hier? Wow. Ah, der oben, Moment, da ist ein... Wow. Gut. So, das war okay. Immer schön looten auch. Also, nee, der gehört zu mir. Moment. Hi! Ja, stressen müssen wir uns jetzt nicht. Bist du ein Freund oder ein... Du bist ein Freund, okay. Also, da schießt er mit Raketen. Das ist natürlich nicht so klug, wenn ich da mittendrin stehe dann. Wow. Gott. Die machen ja fast keinen Schaden mit ihren übertrieben argen Angriffen. Alles muss ich machen. Okay, die waren schon vor... Achso, da war... Geschütztum. Ach, jetzt zerstört doch nicht alles von dem armen Fink. So schlimm ist das jetzt auch nicht, wie er tut. So. Alles vorwart. Wir müssen mit dem Aufzug nach oben. Der fährt bestimmt in Finks Büro. So. Ja, Ausrüstung ist okay. Wütender Stammtverwender. Wenn der Gesundheit extrem niedrig ist, fügst du zweifachen Schaden zu. Was haben wir denn aktuell? Ja, nee, komm, nehmen wir nur mit. Aber rüsten wir nicht aus. Huh. Ja, es ist jetzt... Ist jetzt auch nicht ideal. Also man müsste das schon irgendwie anders erreichen. Weil so ist das jetzt nicht so cool, hier einfach alles zu zerstören. Aber ich... Ich verstehe natürlich die Wut der Bevölkerung, weil die wurden ja wirklich wie Sklaven gehalten. Ah, aber ob das der richtige Weg ist, ich bin mir ja nicht sicher. So, da ist nicht mehr viel da von diesem Bild. Gut. Da Geld nehmen wir natürlich schon immer mit. Ah, Lockpick. Super. So, gut. Dann... Ah, Elisabeth stehe nicht immer im Weg. Und runter. Oder hoch in dem Fall. Schön. So. Ah. Oh, hier werden... Okay. Ah, hier werden die Tonika verpackt. Cool. Hier werden die Automaten gebaut. Das, das finde ich ja echt immer cool, wenn man dann solche Sachen sieht. Richtig industrialisiert alles. Ach, das ist schon schön. Schön anzusehen irgendwie. Die sind wie füreinander geschaffen, was? Wer? Fitzroy und Comstock. Oh, Kinderwahn. Ich war so auf Paris fixiert. Ich hätte nicht gedacht. Das konntest du ja alles nicht ahnen. Ich spielte eine Rolle bei dieser Katastrophe. Wenn du so tun willst, als wären wir unschuldig an all dem, dann ist das dein gutes Recht. Aber... Ach, nö. Muss das sein. Ich will nicht ans Telefon gehen. Okay. Einer von dem er seinen Kindern erzählt. Du machst alles nur komplizierter. Toll. Ja, das macht die Sache jetzt komplizierter. Müssen wir jetzt gegen die auch noch kämpfen, oder was? Büro von Jeremiah Fink. Was machen wir mit Daisy? Ach, nö. Ernsthaft? Leute, muss das sein. Jetzt haben wir so gemeinsam gekämpft. Das ist mit euch los. Ich bin kein Schwindel. Ich bin ja echt. Ich bin nur aus einer anderen Dimension. Das ist vielleicht schwierig zu verstehen, aber hey. Okay. Ja, super. Ja, super. So. Okay. Schön Munition klauen. Und oh, ich bräuchte vielleicht ein bisschen Leben. So. Haben wir jetzt alles. Passt. Super. Jetzt kämpfen die alle gegen mich. Na, das ist ja toll. Das ist ja richtig toll. Ja, das ist... Okay, rote Farbe. Gut. Toll, jetzt haben wir unseren eigenen Feind geschaffen. Das ist ja... Das war ja wieder mal sehr klug. Achso, das ist der Willkommens-Tresen hier. Was haben wir da? Uhren und Zeug. Okay. Muss alles schön getaktet sein. So haben Munition voll. Hier Ananas. Oh, 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 oh. Geld. Ganz wichtig. Ganz wichtig. Ganz viel Geld. Oh, noch mehr Geld. So. Schön. Schöne Geschichte. So, was haben wir da? So, oh, oh. Ein neues. Cool. Sog. Iiii. Iiii. Ah, was, was, was ist das? So. Drücke, um Gegner fortzuspülen. Halten, um Gegner zu packen, loszulassen und sich vorzuknöpfen. Ach ja. Ja, drücke rechte Maustaste, um nachher Gegner vor dir wegzuschleuen. Halte und lasse rechte Maustaste los, um Gegner zu ergreifen und in deiner Nähe zu zerren. Gegner in der Luft erleiden größeren Schaden. Irr. Ah, guck mal. Moxophon. Mag ich aber auch nicht verwenden, in Wirklichkeit. Oh, wir haben fast alle. Eins fehlt uns noch. Löcher haben mir noch ein Wunder offenbart. Obwohl ich erst noch sehen muss, wozu es gut sein kann. Es handelt sich um eine Kombination aus Mensch und Maschine, die sozusagen das Beste aus zwei Welten vereint. Der Prozess scheint unumkehrbar zu sein. Vielleicht hat Comstock Verwendung für so etwas. Zum Beispiel als Wachposten für den Turm, den er baut. Gut, hier sind wir offensichtlich in der Automaten-Demonstrationshalle. Oh, neue Ausrüstung. Cool. Neuer Hut. Strafe muss sein. 30%ige Chance, dass ein Nahkampfziel beherrscht wird. Ja, Nahkampf mach ich nicht. Weg damit. So, was ist da? Dollar Bill hat eh nur das übliche Zeug. Das brauchen wir alles nicht. Wenig wie die Vigor hat. Ah, guck mal. Ah, jetzt haben wir da. Beherrschungsbilliger. Da haben wir jetzt ein bisschen mehr. Boah, aber die sind teuer. Ne, ich warte hier mal kurz. Lieber... Ja, Münze, danke. Da gucke ich lieber Waffen-Upgrades. Ja, schauen wir mal, ob der... Haben wir da ein Waffen... Ja, da ist ein Waffen-Upgrade-Typ. Ja, sehr schön. Da gibt es neue Waffen-Upgrades. Wunderbar. Das, so gefällt mir das. Panzerfaust verwenden wir nicht. Panzerfaust verwenden wir nicht. Seifengeschütz selten. Präzisionsgewehr auch. Präzisionsgewehr auch. So, Revolver nehme ich in Wirklichkeit auch nicht. Revolver. Karabiner manchmal. Was habe ich jetzt aktuell? Ich Burstkern habe ich auch nicht. Pistole. Ah, komm, Pistole, Schadensboost 2. Das ist gut. So, okay. Pistole ist, ähm, vollgelevelt. Sehr schön. So, Maschinengewehr, Schadensboost 2. Den kaufen wir auch noch. Auch vollgelevelt. Super. So. Und Schadensboost-Präzisionsgewehr nehmen wir nicht. Aber wie gesagt, wir könnten die Burst Gun... Nee, ich spare jetzt noch ein bisschen, aber wir haben jetzt... Es ist Ihr Zuhause. Wer, wenn nicht Sie, soll es schützen? Ja, danke. Genau das mache ich auch. So, jetzt haben wir auf unsere Main-Waffen wirklich den maximal aufgelevelten... Dingens, oder? Moment, wie sieht das aus, wenn ich hier jetzt auf Waffen gehe? Wo sind wir denn da? Kräfte? Nee, Box, Phone, Waffen da. Genau, Pistole ist voll. Ich meine, die Frage ist, ob ich da jetzt andere Dinge in die Slots reinpacken hätte können. Aber ich glaube ja nicht, oder? Nee, ich glaube nicht. Ich glaube, das ist Standard so. Dass ich genau das reinpacke. So, okay, gut. Dann würde ich sagen, gucken wir mal rein da in das Büro. Schön. Oh, Alter, was ist... Ach, herrje. Ach, das ist ein Freiluftbüro. Was ist los? Ähm, wieso läufst du da vor? Mädel. Ne, toll. Ja, das ist... Ach Gott, ernsthaft. Was, wie, wo? Ach, ernsthaft. So, komm. Nein, nicht schießen. Nicht schießen. So, komm, komm. Gut, der wäre tot. Sehr schön. Und das ohne rübergeflogen zu sein. Das ist ja super. Super, jetzt hat die... Hat die einfach den Fink getötet. Das ist ja nicht so toll. Der arme Fink, der kann doch nichts dafür. Ich meine, der kann schon was dafür, dass er Sklavenarbeiter... Ähm, an... Angestellt hat, quasi. Oder Sklavenarbeiter verwendet. Das tut man nicht. Aber ich weiß trotzdem nicht, ob das der richtige Weg ist. So, haben wir ihn jetzt, danke. So, Te... Oh, Tesla-Transformat. Was ist denn das? So, sehr schön. Was ist los? Du machst mich höchstpersönlich fertig. Wo? Ich warte auf dich. Komm, ich aktiviere den mal. Keine Ahnung, was der macht. Ist das sowas wie eine Tesla-Spule? Weiß man nicht so genau, ne? Was haben wir da? Okay, das sieht sehr technisch aus. Oh, da... Ah, ein... Das ist schön. Ach, da oben wird geschossen. Okay. So. Ja, ist... Ist okay. Ist okay. Lässt mich ausbluten. Gut, wenn du meinst. So. Wo geht's denn da weiter? Alter, alles brennt. Die haben alles kaputt gemacht. So. Ich guck mich jetzt noch ein bisschen um, damit ich schaue, was... Was denn hier so... Ähm, überhaupt... Was es da so alles gibt. Ich hab Munition. Mir bei Heilung lieber. Man soll sich mit einfachen Dingen zufrieden geben, oder wie war das? Ja, ist ja auch gut so. So. Ist ja auch gut, so dass du mich nicht ziehst. Boah, ernsthaft. Ich muss da irgendwann... Ah, überall. Die sind ja überall. Ich sollte vielleicht... Moment, ich sollte... Ich sollte vielleicht... Ja, Gesundheit. Danke. Alter, wer... Oh, oh. Wer ist das? Alter. Okay. Das ist jetzt... Das könnte... Ach, Gott. Verdammt. Moment. Moment. Kurz umschalten. Ich glaube, ich kaufe trotzdem mal kurz ein bisschen Gesundheit. Ähm, 20%. So, kaufen. Danke. Ah, ich habe nicht genügend Salz, wenn ich mal für... Wow. Moment. Ähm, Mädelsalze wären cool. Moment, kurz mal einkaufen hier. So, einmal Gesundheit, es geht 80%. Und Salz 100%. Danke. So, komm. Ja, den Dicken, den müssen wir... Ja, das ist... Das ist schade. Ah, der ist schon ein bisschen wild, ist der ja schon. So, aber er ist tot. Okay, Gott sei Dank. Gut. Oh, 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 oh. Wow. Warum? Ich... Ich habe doch nichts getan. Ah, Schock... Na toll, was war das jetzt? Schockjacke. Muss ich kurz gucken. Habe ich wieder zu schnell weggeklickt. Ausrüstung. Was haben wir denn in der Schockjacke? Bei Nahkampfschaden 50% die Chance, Feinde in der Nähe zu schocken. Ja, komm, hilft nichts, weil ich mache selten Nahkampf. Vielleicht sollte ich das in der Nahkampf machen. Was? Schießt nicht einfach auf mich, das könnt ihr doch nicht bringen. Also, der ist schon gesucht, okay. Okay. Okay.